ich hoffe es... jetzt will ich ganz ernst mal... Oh, bitte, bleib weg... Ok, ich schwimm dann mal nach oben... Wo steigen? Hallo? Oh Gott, wo hab ich denn das hingeworfen? Was ist denn das? Da vorne... mein Schwert... Mein Gott... Geht's da hoch? Hallo? Ich bin mal echt spannend, was da oben drauf ist... Ok... Ok, ok... Gold... Ich höre hier irgendwas rumlaufen... Jetzt kommt hier Sand... Oh, oh... Ok, hier ist aber gar... rein... gar nichts... Ich höre doch was... Oh, hier ist er unten... Lol... Oh, das ist ein Spawner... Das... das Gold... Oh lol... What the fuck... Alter... Boah, ohne Spaß... Hab ich mich erschrocken... Pfu... Neu... Tartel liegt mir doch einer die ähn.... Ne... Warty... Das Gold nämlich hier auch noch mit... Oh, oh lol... Oh, oh, oh... Das ist alles eine Falle hier... Es gibt es ja nicht... das sind hier die Töte Töte sind jemand hier alles eine Falle ist ohne Witz denkt man einmal nicht dran schon uns wird nicht von hinten überrascht nicht immer hier runter und dann gehen wir mal zu diesem wunderschönen Turm hier wieso ich frage mich ja wieso mir eigentlich oder wieso ich nicht eigentlich um den um den 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 Typsgitter Kiel also den Turm um wie heißt es denn den Tauern 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 Goode Meister glaubt Tauern 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 irgendwie ausgibt und dann nicht dann wiederkommend trotzdem nicht alles auf einmal macht sondern halt immer 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 wiederkommt k alter k k k dann fallen sie von oben durch nein nur ganz kurz so weil wir machen nachher noch kurz was anderes deshalb habe ich dann kurz was abklären müssen da denkt man einmal dass ich bin von oben kommen dann kommt sie nicht von oben oh zu viel zu viel wie heilt man denn jetzt dieses Giants Wort weil ich auch nicht müsste ich auch nachschauen hier kommt und doch ich bin jetzt da noch wahrscheinlich eine Verbrennung 2 drauf habe oh Gott das ist zwei Skilets worden und besser oh Gott was was von von unten und Spaß wenn ich jetzt da noch Verbrennung 2 drauf machen meint dir wo mein Gitter macht man dann wollen in diesem Beispiel gegen Skelette oder so k k k k k k k k k ich mache wichtig als es gibt getroffen wollte ich schon sagen es war jetzt echt zu dumm und ich auch untergefallen dummes kille die jetzt ich möchte ich mal ausprobieren Was passiert jetzt? Hm? Hm. Ich weiß nicht, was da passiert. Level 50! Was das annimmt. Sehr gut. Gucken wir mal nochmal. Sind die jetzt verlangsamt, oder? Ah, ich glaub, das ist ein Verlag. Ah, das ist ein Verlangsamt. Ah. Okay, Kiste nicht aufmachen. Das weiß ich ja jetzt inzwischen. So. Wo ist der? Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und einen Schuss noch. Was? Der hat nur mein Leben dazugekommen. Schnell alles leeren. Gott, ich bin durchgefallen. Oh, lecker. Sich verarschen. Ah, so. Man hat da eigentlich viel Zeit. Ich fange gerade so auf. Freue ich nicht. So, oh, da hinten sehe ich ein Tower. Ihhh, was ist denn dat? Alter, ruckel, ruckel, ruckel. Pff, alter, guck mal, das was zeugtet, das Gewässer, ey. Mein Gott, wie was man mit einer Umweltbehörde oder sowas? Alter, warum ruckel das so? Ich mein, Speicherplatz voll. Nö. Höh? Warum ruckel das? Ich mein, Speicherplatz voll. Ich mein, Speicherplatz voll. Ich mein, Speicherplatz voll.